Wolfgang, 14 Kinder! Acht! Wisst du was? Fünf! Acht! 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 Sechs Tore! Sechs Tore, okay! Wenn du nicht triffst, dann machst du zwei die ganze Runde! Also, sie brauchen sieben! Wir müssen sieben! Nein, sechs! Nein, sieben! Sieben! Sechs hast du erlaubt! Wenn du sechs bekommst, dann hast du gewonnen! Aber nicht mehr! Ernst! Ja! Ja! Hier und hier! Aber ihr müsst auch rein! Wolfgang, das sind alle Schwachstimme! Nein! Nein! Wulken! Wulken! Hinterst du, Wulken! 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 Oha! Das war's für heute. Aber bitte! Alle lassen heute! Gute Parade. Strafe! Bravo, Volk! Liege ist in der Position immer! Wieder vor mir! Koran, komm her bitte! Koran, du sagst, wer schummelt! Warte, warte, warte! Koran, du sagst nur, wer schummelt, dann läuft die ganze Zeit rund! Alle schummelt, wer rund! Geht schon! Eins! Zwei! Drei! Emre, das ist die Frau unter dir! Liege es nicht mal! Arno, das ist... Das ist dein Bett! Fünf! Sechs! Adrian! Das ist das! Sieben! Tucki! Tucki! Neun! Deine Socken werden sehr schwarz da drüben! Neun! Neun! Zehn! Tucki! 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 Tucki!